Ich spiele Tennis seitdem ich eigentlich denken kann. Ich habe Tennis seitdem ich zwei Jahre und zehn Monate bin und ich wollte das selbe machen wie mein großer Bruder. Ich habe relativ früh gemerkt, dass ich das besser kann. Ich habe relativ früh gemerkt, dass ich das besser kann. Es ist einfach ein geiler Sport. Es ist such a great Sport. Mein Name ist Damian Raab. Mein Name ist Damian Raab. Ich studiere Sozialökonomie an der Universität Hamburg und bin Tennispieler. Aktuell bereite ich mich auf die Sommeruniversalte in Taipei vor. Es wird eine große Herausforderung für mich und ich freue mich schon drauf. Auf dem Platz, zielstrebig, diszipliniert, emotional. Und das ist aber auch im Leben. Zum einen, ich habe einen schnellen Arm, meine Form, eine der größten Waffen glaube ich, egal aus welcher Position. Und dann auch mein Kopf, mich als intelligenter Spieler bezeichnen. Damian. Damian. Grew up in a family passionate about Tennis. He grew up on court with the goal of becoming a professional tennis player. Damian. 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 lich. Es war ein sehr schwieriger Moment. Ich habe zwei, drei Tage geweint teilweise, weil bis dahin alles, was ich gemacht habe, trotz des Studiums, ich habe studiert, aber Tennis war immer Nummer eins die ganze Zeit. Ich habe viele Sachen verzichtet jahrelang, gerne dafür, weil Tennis einfach meine Leidenschaft ist und war, aber wenn man gezwungen ist, mehr oder weniger erst zu machen, dann ist es eine Entscheidung. Natürlich war sie hart, aber rational. Mit mehr als 42,000 Studenten, die Universität Hamburg, founded in 1919, ist die größte Forschungsinstitution in Nordrhein-Germain. Sechs Nobel Prize winners are affiliated to the University. The main campus is located in Rotterdam in the tennis venue, an ideal place for socio-economic student Danny. Ein Jahr nach der Schule oder anderthalb Jahre ohne etwas zu machen gehabt und ich habe mich irgendwann leer gefühlt. Ich habe gemerkt, dass mir Wörter auf einmal fehlen, so trauriges Ding. Meine Mutter wollte eh immer, dass ich studiere und dann habe ich mich dafür entschieden, das dann anzufangen. Das hat mir immer so eine gewisse Sicherheit gegeben auch während meiner Sportkarriere. Und zum anderen, man hat sehr viel Freizeit auch in dem Sportlerberuf. Man hat viele Freie Stunden aus Turnieren, Tage wo man kein Match hat. Da hatte ich dann meine Unterlagen dabei und konnte studieren, konnte mich bilden. Ich mache meine Sachen, aber eigenständig. Weil, manche Professoren helfen mir nicht wirklich, die Teams verstehen, andere helfen mir sehr, da gehe ich dann hin. Aber ich versuche es eigenständig zu lösen. Ich kann Sportler auch meine als Einzelsportler im Tennisbereich. Da lernt man das relativ früh selbstständig zu sein. Damien ist nicht nur Disziplin, aber auch stark Will. Selektiert für die Sommeruniversität in Taipei, er fokussiert auf der beste Form des Tournamentes, das beginnt am 21. August. Der Aster-Club-Spieler möchte auf der Zentrum-Court des Spiels und ist coached von Ex-Player Jorn Resenbrink. Er ist bereits bereit, um Taipei zu verlassen. Das ist schwer für die zweite wichtigste Multisport-Kompetition in der Welt. Ich freue mich riesig. Das wären besondere Eindrücke. Ich freue mich auf die zwei, drei Wochen, die wir da haben. Auch andere Sportarten zu sehen, aber besonders meinen eigenen Sport mit meiner Universität, also mit meinem Studium zu verbinden. Das ist sehr gut einfach. Ich intensiviere mein Trainingsprogramm wieder. Ich fange mit meinem Trainer wieder an, mit dem ich die letzten Jahre gut zusammengearbeitet habe. Und der freut sich auch, mich nochmal vorzubereiten. Und ja, ich werde meine Energie da reinstecken. Ich weiß nicht, wie hoch das Level ist. Ich kenne keinen Teilnehmerfeld. Aber ohne Erwartung, möglichst weit zu kommen. Und natürlich eine Barm für mich eine Medaille dafür. Und natürlich wird es eine Applaus für mich. Und natürlich wird es ein Wunsch für mich, eine Medaille. Und natürlich wird es ein Fayer für mich, eine Medaille. Das ist ein Schuss, ein Schuss und Tennis, ein Schuss für die Entschließung. In meinem Körper und der Gedanke. Und der Körper ist bereit, für die neue Universität in Taipei. Wir wünschen euch. Untertitelung. BR 2018